Herzlich willkommen heute zu einem neuen Beitrag, wie du mit Erfolg, aber auch mit Misserfolg, also dem Scheitern, richtig umgehst. Denn wenn du dich selbstständig machen wirst, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du von Erfolg zu Erfolg einfach nur vorangehen wirst, ohne zu scheitern. Und auch ist es unwahrscheinlich, dass du ohne zu scheitern erfolgreich wirst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich selbst habe nicht nur viele Unternehmen gegründet, sondern auch viele hundert, wenn nicht sogar tausende Gründer und Unternehmer begleitet. Und das, was sie alle auszeichnet, ist das gleiche, was wir auch von den großen Unternehmern, von Bill Gates oder Elon Musk sehen. Alle haben sie Erfolge, aber alle haben noch mehr Misserfolge. Alle sind also gescheitert. Und deshalb hier ein paar Tipps, wie du dein mentales Training voranbringen kannst, wie du mental stärker werden kannst, in dem du besser mit Erfolg, und zwar heute besonders dem Erfolg anderer Menschen umgehst und mit deinem eigenen Scheitern. Schauen wir uns nun den ersten Punkt an, was die Menschen machen, die mental sehr schwach aufgestellt sind. Oder vielleicht ist es auch so, dass sie aufgrund der Tatsache, dass sie das tun, worüber wir gleich sprechen, dass sie deshalb mental nur wenig Energie haben. Und zwar geht es konkret darum, wenn du dich selbst mit anderen Menschen vergleichst, die erfolgreich sind. Wenn du das tust, wenn du mit Menschen dich vergleichst, die vielleicht viel länger schon leben oder länger aktiv sind oder andere Ausgangsvoraussetzungen als du gehabt haben, dann sind sie natürlich auch in ihrem Lebensstil, in ihrem Lebensspiel ein paar Level weiter als du. Du hast also gar keine Chance, dich mit dem Menschen auf dem gleichen Niveau zu vergleichen. Das Ergebnis ist dann, dass es einer Person permanent schlecht geht und das bist du. Man hat es in der Tierwelt beobachtet, dass wenn zwei Flusskrebse aufeinanderstoßen und bei ihnen den Hormonhaushalt gemessen hat, dass sie relativ hohen Hormonhaushalt beide gehabt haben. Aber dann sind sie in ein Battle hineingegangen, haben gekämpft und es gab einen Gewinner, es gab einen Verlierer. Und das Ergebnis ist, dass der Gewinner noch mehr Hormone, noch mehr Motivation, noch mehr motiviert war, noch weitere Gebiete zu erobern, währenddessen der Verlierer tatsächlich kaum noch sich aus seiner Höhle getraut hat, ganz wenig Hormone hatte, ganz wenig Motivation. Und das kann dir auch passieren, wenn du dich mit einem Menschen vergleichst, der weitaus erfolgreicher ist, der schon mehr investiert hat, der längere Zeit auf einem Weg unterwegs ist. Wenn du dich so vergleichst, gehst du in der Regel als Verlierer raus. Dann bist du der Flusskrebs, der sich dann kaum noch traut, etwas anzugreifen. Deshalb tue eines niemals, vergleiche dich niemals mit den Erfolgen oder mit den erfolgreichen Menschen vor dir, sondern vergleiche dich maximal mit einer Person, nämlich mit dir selbst. Wenn du dich mit dir selbst vergleichst, dann mit der Person, die du früher warst. Also miss den Abstand und den Fortschritt der Entwicklungsschritte, die du selbst gegangen bist. Was kannst du aber mit dem Erfolg anderer konstruktiv tun? Nun, du kannst nicht die Gesamtperson oder den Charakter anschauen, sondern du kannst dir das anschauen, was diese Person konkret an guter Leistung vollbringt. Also welche Verhaltensweisen setzt diese Person ein? Wie geht sie um? Wie entscheidet sie? So werden seit Jahrtausenden die Wissensbausteine, zum Beispiel im Handwerk, aber auch im Kampfsport und in der Musik weitergegeben. Du gehst zu einem Lehrer, zu einem Kampfsporttrainer, zu einem Handwerksmeister und lernst halt das, was du brauchst. Und das ist natürlich durchaus möglich. Wenn du also erfolgreiche Menschen kennst, dann beobachte sie ganz genau, wie sie diesen Erfolg produzieren. Und das kannst du kopieren, das kannst du als Modell nehmen, als Vorlage, dich selbst anzupassen. Als nächsten Aspekt schauen wir darauf, was erfolgreiche Menschen machen, die mental sehr stark sind, wenn sie scheitern. Eines machen diese Menschen schon mal nicht. Sie freuen sich nicht über das Scheitern anderer Menschen, über das Unglück anderer. Es gibt alte Bücher oder auch Glaubenssätze, die sagen, dass man das nicht tun sollte, damit es einem selbst möglicherweise nicht als Bumerang erwischt. Aber das ist ein anderes Thema. Heute geht es während diesem Beitrag darum, wie du mit deinem eigenen Scheitern umgehst. Also wie erfolgreiche Menschen mit dem Prozess des Scheiterns umgehen. Und hier eine gute Nachricht. Es gibt Statistiken, vor über 250 Jahren hat Herr Duden schon gesagt, wenn man als Mensch 10 Projekte startet, dann geht die Mehrheit mit Scheitern zu Ende. Nämlich 6 mal scheitert man. Generell alle Menschen weltweit. 4 Projekte gelingen nur und von diesen 4 Projekten wird nur 1 erfolgreich. Auch bei Bill Gates war es so, dass er über 20 Projekte gestartet hat, nur 2 oder 3 wurden richtig erfolgreich. Und wenn du dich mit Unternehmern, mit Investoren, mit Serial-Foundern, also wie mehrere Unternehmen Gründen unterhältst, wirst du feststellen, dass sie in der Regel häufiger misserfolgreich waren als erfolgreich. Sie haben mehr Scheiterungsgründe, mehr Scheiterungserlebnisse als Erfolgserlebnisse zu verzeichnen. Und deshalb ganz wichtig an diesem Punkt, wie geht ein Mensch, ein erfolgreicher Mensch um, der mental stark und trainiert ist mit dem Scheitern. Nun, er sagt sich folgendes, er sagt sich, dass er diese Scheitern auf keinen Fall als anders nimmt, aufzugeben. Denn es heißt nicht umsonst, dass ein erfolgreicher Mensch niemals aufgibt. Und ein Aufgeber, der wird auf der anderen Seite niemals erfolgreich. Du kennst den Spruch, Gewinner geben nie auf, Aufgeber gewinnen nie. Das bedeutet, zunächst mal heißt es, weiterzumachen und zwar mit folgenden 2 Gründen. Das erste, was mental starke Menschen sagen, dass sie den ersten Versuch, wo sie gescheitert sind, noch nicht mit vollem Einsatz verbracht haben, noch nicht alles gegeben haben, was sie können, nicht alle Ressourcen eingesetzt haben. Das bedeutet also, dass sie in die zweite Runde, wie ein Boxer gehen, nur diesmal den Tobogang einlegen. Und so machen es erfolgreiche Menschen, dass wenn sie gescheitert sind, dann erst recht weitermachen, und zwar mit höherem Einsatz. Das zweite ist allerdings, dass dieser Tobogang nur dann Sinn macht, wenn auch die Methodik verbessert wird, die Vorgehensweise angepasst wird, wenn also eine Lektion gelernt ist. Das bedeutet also, dass Menschen, die erfolgreich sind oder nach dem Scheitern noch erfolgreicher werden und überhaupt ihre Ziele erreichen, das sind die Menschen, die gelernt haben. Damit du aber eine Lektion lernen kannst, brauchst du vorher etwas. Du brauchst Erfahrung. Und diese Erfahrung, wenn du neue Gebiete eroberst, betrittst, sind zumeist Fehler. Und Fehler heißt im Deutschen nichts anderes, als es fehlt etwas. Was also Menschen, die erfolgreich sind, die mental stark sind, genau wissen, dass Fehler, also Scheiterungen, erstmal die Voraussetzungen dafür sind, Lektionen zu lernen. Und wenn du aus den Fehlern das gefunden hast, was fehlt, hast du deine Lektion gelernt. Und dann macht es auch Sinn, dass du in die zweite Runde steigst und den Tobogang einlegst, um dann erfolgreich zu sein. Sollte es noch nicht ausreichen am zweiten Gang. Nun, der Boxer steht auch mehrere Runden im Ring. Nicht nur zwei oder drei Runden, zehn Runden, vielleicht sogar noch länger. Und auch hier gilt es für dich, dass du immer wieder dich auf die Suche machst, was hat gefehlt aus den Scheitererlebnissen, was genau wäre, war der Engpass, wo kannst du dich weiterentwickeln, was ist die Lektion, die zu lernen ist. Und dann gehst du in den nächsten Wurf mit noch mehr Energie. Vorausgesetzt, du hast dadurch ein Ziel, vorausgesetzt, du hast einen Nutzen, du hast etwas, was dich antreibt und motiviert. Aber was du auf keinen Fall tun solltest, ist zu sagen, oh, ich habe es einmal probiert, ich lasse es jetzt sein. Wenn wir Menschen so ticken würden, dass wir nach einem Misserfolg schon aufgehen würden, nun dann wären wir Menschen wahrscheinlich nicht mehr auf der Erde zu finden. Wenn ein Kleinkind einmal versucht aufzustehen und hinfällt und sagt, oh, ich habe es jetzt probiert, mir ist es nicht vergönnt, aufrecht zu laufen. Nun, dann würde das Kind niemals mehr laufen, hätten wir lauter Erwachsene, die über die Erde kriechen. Tatsächlich ist es aber so, dass auch du einmal in deiner Lebensphase einen Zeitraum hattest, wo es völlig egal war, wie oft du hinfällst, völlig egal war, wie häufig die Nudel von der Gabel gesprungen ist oder der Löffel, die Suppe nicht gehalten hast. Du hast weitergemacht. Warum? Weil du auch Vorbilder hattest, die es geschafft haben. Du hattest also Erfolgsmodelle, die es geschafft haben. Und das ist auch meine Motivation heute an dich. Orientiere dich an den Erfolgreichen, die es geschafft haben, aber vergleiche dich nicht mit denen. Und wenn du scheiterst, nun, dann ist das nichts weiter als ein Hinweis darauf, dass du noch nicht das gelernt hast, was du brauchst, um erfolgreich zu sein oder noch erfolgreicher zu sein, als vielleicht andere Menschen es geschafft haben, aber auf jeden Fall erfolgreicher, als du es in der Vergangenheit warst. Und damit wünsche ich dir viel Erfolg auf deinem Weg als Unternehmer, als Selbstständiger. Wenn du gerade neue Geschäftsideen hast, wenn du hochgradig innovativ unterwegs bist oder einfach für dich persönlich einen neuen Weg beschreitest, dann wird es völlig normal sein, dass du Fehler machst und dass du scheiterst. Entscheidend ist aber nicht daraus, dass du dann liegen bleibst, sondern einmal mehr aufstehst als hinzufallen, aber dann die Lektionen lernst und mit noch mehr Engagement weitermachst. Dann glauben andere Menschen an dich, dann glauben deine Kunden an dich, deine Mitarbeiter und auch an deine Investoren und finanzieren vielleicht auch deine nächste Wachstumsrunde. Ich wünsche dir an dieser Stelle viel Erfolg. Und wir vom Team der X Group, wir unterstützen dich gerne dabei. Du findest einen Link unterhalb des Videos zu einem kostenfreien Erstgespräch. Wir beraten und helfen dir gerne bundesweit auch digital, also über Videokonferenzen weiter. Wir von der X Group sind allerdings auch zertifiziert. Das heißt also, wir können auch Zuschüsse bekommen, wenn du dich selbstständig machst, damit deine Beratung für dich dann auch vollständig abgebildet werden kannst und du liquide Mittel für dein Unternehmen zurückbehalten kannst. Wir haben aber auch Kontakt zu Investoren, Menschen, die also sich beteiligen wollen an deinem Unternehmen, wenn das Eigenkapital fehlt. Also buche jetzt dein kostenfreies Erstgespräch, buche den Kanal, drücke die Glocke und ich wünsche dir viel Erfolg. Und denk dran, die Voraussetzungen erfolgreich zu sein, sind meistens mehrere Niederlagen, mehrere Scheitungserlebnisse. Aber das, was du daraus machst, das sind die Steine auf der Treppe zu deinem Erfolg. Und den wünsche ich dir, dein Daniel Schäfer.